All right, Video, Blog, Blog, High Rocks zum Thema High Rocks. In der ersten Novemberwoche ist der High Rocks in Stuttgart und ich habe mich zum Double angemeldet mit dem Chris. Das ist eine gute Challenge für mich, weil der Chris ist Triathlet und Marathonläufer und ich bin bekanntlich nicht der leidenschaftliche Mittelstreckenläufer, aber 8 x 1000 Meter müssen trotzdem zu machen sein und ich habe angefangen mit Intervallläufen auf dem Laufband und Intervallläufen, die länger sind auf der Tartanbahn, 400, 800 Meter etc. Okay, wir sind in der zweiten Woche, weiter geht's. So, heute Intervalle auf dem Laufband viermal viermal vier Minuten fünfzehn. 11 kmh mit einer Minute Walking Pause. Boom! Okay, High Rocks Update. Es ist jetzt drei Wochen, vier Wochen noch bis zum High Rocks Double. und ich habe auf dem Laufband ein paar Intervalle geschrubbt. Viermal ungefähr ein Kilometer mit einer Minute Drabpause. In dem Lauftempo, das ungefähr angepeilt wird, vier Minuten fünfzehn auf dem Kilometer. Ich bin gespannt, wie es weiter geht. Ja, ich bin fast. So, ich bin gespannt, was uns in der richtigen Begriffe war. Ich bin gespannt, wie es um die Ecke zusammen ambientiert. Ich bin nicht die Ecke eingezeichnet. Okay, das war ein Herz für alles. Es war ein Herz und auch ein Herz und das. Es ist das Besonderes?